das Video ist für unsere Abonnenten also wir und Jonas Jonas ne das ist wirklich mal Jonas nur für dich das ist wirklich nur ein zwei Abonnenten Special weil ein zwei Abonnenten nein fünf Abonnenten wir haben fünf Abonnenten und wir haben fast schon 550 Views das heißt jeder Abonnenten wir haben eigentlich mehr guck mal die ganzen die ganzen selbstgeklickten Dinger mit dem Programm klicken Chris hat so ein Programm geschrieben dass sich die ganze Zeit so Tabs öffnen von einem Link so das Programm öffnet halt immer das Video und es sind viele Klicks wenn du halt so wenn du halt es nicht rechtzeitig landest, ich kritze dein Computer aber ich habe so viele sonst aufmacht und er ist ein Cranking aber ich habe rausgefunden warum es bei 301 aufhört weil wenn du mehr als 301 Views hast dann fängt ihm so ein anderes View-Schema an dann muss es irgendwie 10 Sekunden gelaufen haben und es darf nicht innerhalb einer Stunde der gleichen IP zugeordnet sein und es darf nicht ich bin habt ihr auf euren Videos schon mehr als dran was ja klar, die haben 4.000 wir haben fast 10.000 mein Klapp aber ohne Spaß englische Songs Musik und drei heiße Jungs was sind zu mehr ja okay, gut englisch ist ja auch alles weil ich da heiße das was ihr habt, ist Jesus aber man kann Jesus meinst der Lord ja man, das stimmt, Price the Lord Amen Amen hoch 3 Amen hoch, Amen Alter, das ist was, Amen hoch X Amen hoch X das ist aber weniger ich habe so gesagt, Amen hoch, Amen hoch 2 Spät jetzt, ey, warum das jetzt? Scheiß nur ein Sinn okay äh, wollen wir wieder in unseren Raum? in unserem Raum? na, bei mir läuft es mit 70 Frames ich werde jetzt einfach nur knallen Alter, der war richtig, Alter, der war mies, du weißt du? wenigstens knallt das noch bei meiner Mutter ja, das ist schon gleich BAM, Zeitlupe alter, der war richtig, okay ja, das ist so viel genau Einmal auf Maul, ey. Ey, das ist... Jungs, das ist der erste Wild. Chill, Mann. Aber es ging voll schnell. Wir hatten... Wir haben vorhin gegrunden irgendwie Probleme gehabt und so. Wir sind sogar einmal gestorben. Ehrlich? Der erste Wild? Ja. Nein, auch zu Lava. Gott, wir wollen doch reingekestet werden. Ja, stimmt. Ja, ich bin... Hey, ich bin... ...220 Euro. Dollar. Äh, ich hab' 133, ich kann 133 wissen. Wie brauchst du jetzt? Okay, hast du? Hast du genug? Nee, es fehlt. Hier, wo bist du, ich leg's an, aber hier, hier. Jungs beide müssen, wenn wir zurück. Okay, go. Okay, go. Okay, go. Okay, go. Dieser Raum ist jetzt offen. F***! Äh, jetzt schon? Ja? Äh... Ich brauchte mir eigentlich quasi nicht diese scheiß Gewerbe. Ich hab ne Bullpuppe, Mann. Ja, ich hab mir grad eben ne Bullpuppe geholt. Und ich konnte mir eigentlich einfach diese Scheiße da rum in dieser... ...und ich konnte mir eigentlich einfach diese Scheiße da rum in dieser... Oh nein! Oh nein! Where are you keep going? Ich hab' einfach diese Scheiße da rum in dieser... ...und ich hab' gehofft. 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 ...und ich hab' gehofft. Ich hab' gehofft. Ich hab' gehofft. Sag' gehofft! Ich hab' gehofft. Oh, nicht hier da ausalander! Okay, fertig! So, ich hab' jetzt... ...und ich hab' gehofft... ...und ich kann... Okay, jetzt mal los. Okay, ey, macht euch schon mal an! Ich brauch' zum Weg zu stemmen und kriegen! Okay, ey, macht euch schon mal an. Jetzt müssen unbedingt diesen Film sehen! Sie müssen unbedingt diesen Film sehen, dann. Flächig! Ja, mit! Macht's fertig! Ja, stimmt! das war man kann das war so ein Kampf der Sterne ja genau kommt man ich schreibe schon wieder was mit diesem Roboter mit diesen asiatischen Typen ich würde mal sagen ihr habt er hat noch eine halbe Minute mehr als neil ich bin ja schon zurück die Musik geht immer übelst ab Badam 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 das noch 15 Sekunden ich müsste mal heilen ach ich nehme so ein Schweißgerät ich habe mich noch selbst ich habe mich noch nie ach ich habe Level Up beim äh hier Field Magic das ist ein guter Typ ich kann es nicht man soll diese Waffe nicht von selber nachladen komisch Was für ein Spiel fehlt, ist Bulletin. Das ist doch noch selber, das war schon ein Spiel. Ey, das wenn du so, wenn du einen Schock gibst. So, da kommt ein Bulletin. Ach so, ja, vielleicht. Aber ich meine, guck mal, wenn der ist. Ich meine, dann passt es mal wieder an. Okay, mach dich mal langsam ruhig wieder auf die Wind. Bist du sicher? Ach, scheiße, das ist ein Game Review, oder? Wir spielen wie alleine. Wow, diese blöde Bitch. Ja, das ist ein Bitch. Ich wollte die Witch-Fatilie sein. Das ist halt mal was schreibt. Was ist denn Schreiben überhaupt? T. T schreiben. Doch nie T zurück, Mann. Doch nicht T. Ich hab noch 3 Ganaten. Ich habe noch 3 Ganaten… Nein! Hä, ich hab meinen Perk gewechselt, scheiße! Die Munition für die 9mm sind am teuersten! Ich hab voll viel unterschiedliche Perks hochgelabelt, aber ich hab noch kein Level 1 oder 2. Fehlt uns nicht noch einer? Ja, ich fehle euch! Das ist einfach nur hell! Das ist einfach nur die Abfahrt! Das ist vielleicht wirklich mal gut geworden. Oh, ich führe wieder mal mit dem Doppelten. Wo siehst du da einen? Ah, hier. Anhaltig. Kills. Das kann voll abhängig sein. Du brauchst dich. Bist du, ne? Hm? Hm? Du nimmst die Pferd House. Du brauchst dich. Du brauchst dich jetzt nur mal, ich hab' dich. Das ist mir schon mal wieder. Du brauchst dich, du brauchst dich, du brauchst dich. Du brauchst dich, du brauchst dich. Es ist mir schon mal wieder sofort, ich weiß ja, wie ein anderer. Deine Fehler sind mir, du brauchst dich, du brauchst dich. das haben wir selbst vor dem Video war letztendlich was liegt denn hier? ne ne Weste ach wer guckt sich das denn an ohne und es sind fünf Abonnenten also wir und Jonas fünf Abonnenten, wir müssen heute nicht wir müssen heute nicht mal ein Facebook machen wir müssen heute nicht mal ein Facebook machen aber wir müssen hier irgendwie die Publikoren sind, sonst beliebt das nicht fragen einfach POMP ja das lag jetzt wieder die Publikoren sind oh krieg's an da fuck that shit ach 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 oh ich bin jetzt auch dein Leben schränke es oder André wenn er das hört und er spürt es uns voll gut gut ja ich habe es alles 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 2 und 5, fangen wir einfach zu weit. Was ist das denn mit dem Team? Ja. Richtig toll. Von der ersten Team. Das ist doch echt voll gut gemacht. Wir sind ja immer wieder zu sehen. Das ist doch schon echt. Muss man doch noch viel Skill für haben. Das ist doch ein One-Zone. Der FAULE 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 ist doch ein One-Zone. Fuck, das ist zu zögerlich. Okay. Wer hat gerade gesagt, das ist äh... Fuck. Zu einfach. Wer war das schon mit? Ich bin ja immer wieder, oh my god. Kill ihn, kill ihn, kill ihn. Mann, warum werde ich eingefestet? Leute, neun! Neun! Das hab ich mich gesprengt, ey. Ja, oder? Wir machen ganz viele Feinde, Nick. Aber wir sind gerade auf der Runde. Wir machen Jonas die Feinde. Wir machen Jonas die Feinde. Jonas fühlt sich dann angegriffen, wenn wir uns Allah sagen würden. Ach so, stimmt. Jesus, stimmt. Jesus. Ich hab keine Fressen, Mann. Ne, warum? Es steht auf Normal. Ja, gut, ist klar. Hä, aber immer diese letzten 12...